So, ich bin hier gerade auf dem Weg zum Schafenstein und ich will heute hier bouldern gehen. Ich war wirklich ungelogen noch nie bouldern am Schafenstein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, kleines Fazit. Zwei Stunden war ich jetzt hier zum Bouldern. Hat Spaß gemacht. Zum Klettern komme ich lieber her, aber zum Bouldern taugt es auch. So, es gibt übrigens auch einen kostenlosen Bouldern-Kletterführer. Einen Link könnt ihr unten anklicken, könnt ihr euch runterladen. Das ist ein PDF. Sau nett, dass das zur Verfügung gestellt wurde. Den Schafenstein-Kletterführer kriegt ihr bei mir auf der Webseite. Findet ihr auch einen Link unten. Das war's von mir. Ciao.